Und herzlich willkommen zu Feed the Beast. Mein Name ist Rojo und wir haben letzte Woche, äh, sagen wir mal letzte Woche, letztes Mal haben wir die Schmiede angefangen. Die wollen wir heute fertigstellen. Und dazu brauchen wir noch ein paar Materialien. Und es ist schon, das reicht nicht. Was fehlt denn sonst? Wir haben, ähm, Mama, Kies, Mödel, Sand fehlt. Wie immer. Okay, ähm, kein Glas mehr. Kein Glas. Tatsächlich, kein. Och, ich hab das Glas doch bei mir. Hallo. Ich glaube, ich brauche mal eine Brille. Aha. Da war das Problem. Genau, wir wollten den versenkten Tank. Da hatten uns zwei Steinchen gefehlt. So, ähm, dann brauchen wir, dann brauchen wir noch die Wände. Da wollten wir ein, ein, versenktes Fenster, genau. Das versenkte Fenster baue ich immer hier, hier hin. Ne, eigentlich nicht. Ich baue es immer eine Etasche höher. Aber, ähm, jetzt kommt es erstmal dorthin. So, dann brauchen wir jetzt noch zum Abschließen mindestens eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Blöcke. Sieben mal vier. Sieben mal vier sind 28. 28 Ziegel brauchen wir noch. Und, das heißt, auch 28 Mödel. Sechs haben wir, glaube ich, genau. Sechs Mödel haben wir. Das heißt, wir brauchen noch 22 Mödel, also elf mal Sand. Die Rechnung kann ich euch später mal, naja, obwohl. Ähm, ich tue einfach die Anzahl nochmal halbieren von dem, was ich noch benötige, weil ich kriege immer aus einmal Mödel herstellen, zwei raus, deswegen brauchen wir bloß noch elf Sand. So, die habe ich auch schon. Zwar könnten wir für später noch ein bisschen mehr Sand farmen, aber, ähm, nö, dazu habe ich jetzt gerade mal keine Lust. Ich sammle jetzt momentan nur das, was ich wirklich brauche. Ähm, ich sehe schon, wir brauchen noch acht Kies. Haben wir ja über dem Bett. Nehmen wir das gleich mal mit. Ja. Ne, einmal Kies fehlt noch. Einmal Kies, gut. Das sollte jetzt reichen. Genau. Die kommt da rein. Das schmeiße ich schon mal alles wieder rein. Weg damit. Brauchen wir nicht. Ähm, habe ja erst geschlagen, aber schon mal. wieder Mittag. Okay, ähm, das Fell, das lassen wir jetzt erst einmal noch so. 43% ist nicht viel, aber ist egal. Das sieht zwar jetzt auch nicht so schön, ja, springe ich schon noch voll rein. Ähm, sieht zwar jetzt nicht so schön aus, ist aber jetzt erst einmal egal. Wir brauchen noch andere Materialien. Ähm, wie zum Beispiel brauchen wir einen Eimer. Haben wir eigentlich schon einen Eimer. Ein Eimer. Ein Eimer. Haben wir. Super. Nehmen wir mit. So, und. Ich weiß gar nicht. Haben wir schon mal irgendwo. Doch, da haben wir schon Lava. Wow. Dann gehen wir gleich mal einen Eimer Lava holen. Für später. Einfach zücken. Weil, dann können wir die Schmerzen nicht gleich anschmeißen schon. Äh, das, ähm, bisschen Nebel, was man jetzt hier gerade so ein bisschen vor mir sieht. Ähm, das ist eine Aura-Note. Die brauchen wir für Taum-Kraft. Da können wir unsere Aspekte auf unseren Zauberstab aufladen. Aber das machen wir erst dann, wenn wir genug... Ähm, genug... Genug, genug... Ähm, Materialien haben. Dann nehmen wir hier mal das komische Kies noch mit. Äh, ich brauche zwar jetzt direkt kein Aluminium, aber... Nehmen wir mit. Erste Mal. Doch, brauchen wir eigentlich schon. Ich bräuchte da auch gleich Kie... Kiefer. Hm. Ich brauche Kiefer. Kupfer. Nicht Kiefer. Aber, ne. So, das sollten wir jetzt eigentlich gleich da sein. Da ist der Eimer. Ich will bloß einen Eimer bauen. Weil... Erstmal sparen. Super. Schauen wir auch noch ein bisschen hier rum. Vielleicht sehen wir noch was Interessantes. Ein Hühnchen. Okay. Noch ein Hühnchen. Am Anfang kann man nie genug... Gleich haben. Können sie zum Beispiel... Äh, zu Hause als Haustiere. Aber, ne. Die gackern nicht so viel. Später vielleicht. Ich weiß, ich schiebe alles immer voraus. Aber... Wenn ich jetzt alles immer hundertprozentig mitnehme, dann... ...hab ich irgendwann keinen Platz mehr. Das ist doch, glaube ich, wieder ein Elementar. Ne. Ich nehme das Eisen mal hier mit. Ich will zwar keine direkte Lava... Ah, dauerten wir es schon mal. Das ist ein... Eis-Elementar. Egal. Weg. Ich habe keine Lust, mich jetzt gerade mit dem anzulegen. Ähm... Waren wir hier schon mal? Also da unten schon, aber hier oben? Kann ich mich gar nicht erinnern. Da hinten haben wir Kupfer. Was Kupfer brauche ich, um nachher, äh, die Formen zu, ähm, zu gießen. Damit, äh, ich dann halt, also so sagen, mache ich dann ein Negativ. Äh, dann eine Form aus dem Negativ. Und, äh, dann, mit der Form gieße ich dann halt meine Teilstücke für mein Werkzeug, beziehungsweise Waffen. Ähm, ich kann aber nicht alles benutzen für, ähm, diese Formen, äh, sondern nur entweder ich nehme Gold oder Dollarium. Dollarium. Dollarium besteht aus, ein Teil Kupfer und drei Teile, äh, Aluminium. Mensch, mich jetzt nicht, aber steht in dem Buch drin. Die Mischverhältnisse, da geht es dann noch das, äh, ähm, Magnet, ne, muss ich gucken, wie es heißt. Das ist, äh, sehr effektiv für Waffen. Ja, damit kann man seine Waffen herstellen. Deswegen nehme ich gerade hier auch das Kies mit, weil das Aluminiumkies ist. Und da brauche ich immerhin drei Teile für eine Schablone. Hm. Ja. Ein Bann ist eine Schablone. So muss man das etwa rechnen. Das wird dann, glaube ich, nochmal ein bisschen anders berechnet mit Millibucks. Oder Minecraft-Bucks, nee, keine Ahnung. Ich nenne es immer Liter, Milliliter, weil, äh, wir gehen davon immer aus, dass ein Eimer 1 Liter ist, also 1000 MB. Und ja, so ein Barren besteht aus von 288 MB. So, das Dämmern, fängt schon wieder an zu Dämmern. Und da würde ich lieber zu Hause sein und gleich ins Bett, sobald es ganz nötig ist, ein Baumhut. So, und wie ich gesagt habe, die Bücher, wenn die eine Weile stehen, fangen die an, irgendwann mal ein Setzling nach oben zu kriegen. Das können wir jetzt hier so abbauen. Und, wo ist es da? Daneben setzen. So, wenn das ausgewachsen ist, wird das dann, wie das hier, ein Block oben drauf kriegen. Das geht bis zu drei Blöcke nach oben. Also, eins, zwei, drei. Und die kannst du mal abschlagen und daneben setzen. Und irgendwann hat man einen riesen Busch, die natürlich auch immer nach einer gewissen Zeit, äh, Bären von abgeben. Hier muss ich mal noch eine Fackel hin tun. So. Dann machen wir erstmal die Nacht wieder zum Tag. Ein bisschen was trinken. Ja. Dann ist ja der Mördel fertig, genau. Machen wir auch gleich mal die Ziegel draus. Ja, aber wie klappt das meistens nicht beim ersten Mal? Was ist denn das? Schneeball. Ei. Achso. Ähm, meine ganzen Zeugs wieder weg tun. Tun wir mal da hin. Haben wir eigentlich noch eine Bahn übrig? Ähm. Zu dir. Nein, ich habe keinen Bahn mehr. Schlecht. Schlecht. Doch. Juhu. Äh, ja, den Barren brauche ich, um eine Rohform herzustellen. So, die Hühnchen, Fleisch, Schenkeldinger. Kann man wieder ansetzen hier. So. Ich essen. Aufhängen. So, ich glaube, die Wupps haben wir schon wieder eine Beere mehr. Kann man eigentlich auch schon essen. So. Jetzt sollten wir unsere Schmelze fertig haben. Und wenn sie connectet, sieht man daran, dass der Schmelzkern jetzt gelb leuchtet. Ähm. Das gelbe Leuchten hat gar nichts zu sagen. Wir können zwar jetzt darauf zugreifen und schon die ersten Sachen reintun. Und dann, was hatte ich gesagt, das Buch, habe ich das Buch? Habe ich gesagt, dass ich das Buch habe? Hier drin steht alles. Ähm. So, und dann, äh, steht hier, wie gesagt, die ganze Modifikation und so drinne. Und, ähm, ja, welche, also hier stehen dann die Werkzeuge und, ähm, welche Werkzeuge, welche Teile brauchen. Das sind jetzt die ganzen einfachen, das Rapier ist eins der stärksten, ähm, Dinger, weil, ähm, ja, ich glaube, das ignoriert die Rüstung. Ja, ein Chisel, da kann man, äh, Blöcke verändern, ja, wer Metallschilder mag, kann ja Schilder hier machen. Uns interessieren aber eher der Hammer. Die Lampa-Ex und der Exkrivedor. Also die große Schaufel. Das ist auch was Nettes. Da kann man umgrüben, umgraben, äh, Laub entfernen und, ähm, ernten. Ja. Aber es steht ja alles da. Dann gibt es ja noch weitere Waffen. Oh, und sind, oder, Pfeile gibt es auch. Die kann man auch, äh, das Schöne an den Pfeilen ist, die kann man immer wieder einsammeln. Also die gehen nicht verloren. Uns interessiert aber eher die Materialien. Hier steht zum Beispiel alles drin, ähm, was die alles bringen, wo die was gut, äh, bringen und so weiter und so fort. Ja, ja, aus allen Materialien kann man hier was herstellen. Aus Knochen, Obsidien, äh, Obsidien hat eine Menge, es ist sehr langsam und, äh, kann bis Obsidien auch abbauen. Äh, Angriffsstärke plus ein Herz, also ein Herz Schaden macht es. Und, äh, Aluminate. Aluminate ist wahrscheinlich, glaube ich, das wäre das Beste, was es gibt. Das ist eine Mischung zwischen Ardite und, äh, Kobalt. Äh, uns interessieren aber hier Kobalt und Ardite. Das gibt es im Never. Ähm, nein, das hier ist das Stärkste, das mir im Mandel, ja, nächste Server da oben steht. Ich kann das nicht aussprechen. So, da haben wir hier noch Bronzes, Deal, Pick Ivan, ja, uns interessieren, ach, hier haben wir jetzt die Modifikation. Das heißt so, extra Durability, prrrr. Ähm, ich glaube, da kann man höhere Level abbauen. Äh, uns interessieren aber eher hier die Redstone, das heißt mehr, äh, also schneller. Da sind die Waffen schneller beim Abbauen. Das hier, das, äh, die netten, äh, Schleimbälle, das ist Auto-Repair, das heißt, wenn man an der freien Luft rumrennt, äh, repariert sich die Waffe selbst, wenn sie Schaden bekommen hatte. Autosmelding, das heißt, ja, wenn man was abbaut, wird es gleich geschmolzen, ist aber für mich nicht so interessant, dass wir es nicht haben. Die, werde ich machen, die Modifikation, wenn ich da genug Stein finde. Ähm, Lapsius auch, ähm, das heißt mehr Glück auf, äh, auf die Werkzeuge heißt, man kriegt mehr raus mit etwas Glück. Dazu heißt es ja Glück. Kann man so eine elektrifizieren und bla bla bla. Aber irgendwie steht jetzt gerade das Mischfeld ins Hirnstrin. Das steht wahrscheinlich im ersten Buch und das ist irgendwann in Nevada. Gut, äh, auf gut Glück. Eins, zwei, drei. Und einmal das. Und jetzt heißt es erst mal warten. Und, ja, um eine Gussform zu machen, für Baren, muss man erst mal einen Negativ-Baren haben. Das legt man hier einfach so in den Tisch rein. Mach hier weg, ihr merkt. Weg. Muss man natürlich schon mal schnell einsammeln, sonst, äh, teils, äh, tut es sich gleich wieder ausbreiten. So, das tun wir mal hier rein, ähm, ja, was mich die ganze Zeit jetzt schon ein bisschen nervt, ist, ähm, ja, machen wir jetzt eine Druckplatte an die Tür. Weil das dauernd sehr automatisch zumachen, äh, ne, manuelle zumachen, nervt langsam mit der Zeit. Mein, äh, lilan, Druck, Dings. So, das, hier sieht man, das ist jetzt schon geschmolzen. Jetzt ist das Kupfer dazu geschmolzen und hat seine Farbe verändert. Es ist nämlich gemischt und ist jetzt geschmolzenes Duralium. Das Duralium ist, äh, die Rohform für unsere, ähm, Formen. Die habe ich jetzt hier in der Hand. Und damit, ähm, können wir, ähm, also mit der Form können wir jetzt Barren gießen. Jetzt haben wir noch ein bisschen was drinne. Das würde ich jetzt nicht gleich als Barren umgießen. Hier sieht man, das 1008 MB haben wir noch. Da können wir noch jetzt für unsere ersten Werkzeuge schon mal ein paar Ressourcen herstellen. So, ich will eine Eisenspitzhacke. Das heißt, ich brauche eine Ruf-, äh, Negativform. Guck mal den Stein. Hier rein muss ich. Genau, wir brauchen eine Negativform. Die machen wir aus Stein. Wir brauchen ein Stein für. Das kommt nachher zur Schmelze. So, das haben wir fertig. Dann brauchen wir, äh, ne, aus einer Axt machen wir nicht. Ähm, ich möchte die Lupe X zuerst machen. Das heißt, wir brauchen den Kopf. Das muss ich noch eine Schablone gleich noch herstellen. So, äh, ja, die, für die größeren Waffen brauchen wir natürlich gleich wieder mehr Material. Hier sieht man es. Materialkosten 8. Das heißt, das haben wir noch. Nehmen wir den Kopf. So, das tun wir da hin. Dann fangen wir an. Ähm, hier ändert sich nichts an den Kosten. Die Schablone kostet immer gleich viel. So, wie ihr seht, ich, äh, klicke immer auf die, ähm, auf die Zapfaden, um die Flüssigkeit rauszubekommen. So, jetzt können wir die hier schon erstmal hier reinlegen, weil wir damit noch nichts anfangen können. Weil wir dafür die Materialien brauchen. So, ähm, ja, wir brauchen jetzt Holz für Schablone, weil wir haben jetzt noch drinnen 720 MB. Das heißt, wir können noch ein paar Sachen herstellen. Das kommt hier rein, das brauchen wir erstmal nicht. So, das tun wir hier rein. Ähm, ja, ich brauche doch noch mal ein bisschen, ähm, Ich brauche doch noch für die, äh, Sachen da. Also muss ich doch wieder Sand im Kies sammeln gehen. Also unsere Melche steht im zweiten Teil. Die können wir jetzt noch ein bisschen multiplizieren oder verbessern, indem wir sie, indem wir einfach die seitlichen Wände nach oben ziehen. Das Volumen ist, glaube ich, 3x3x8 Maximum. Und das sollte eigentlich voll ausreichend sein. Das Einzige, was wir nicht machen, ist, da reinspringen. So, 56 Kies reicht erstmal. Und es dämmert schon wieder. Irgendwie habe ich den Verdacht, dass irgendwie der Tag viel zu schnell zu Ende immer ist. Aber es ist bloß so ein Verdacht. So, jetzt will ich erstmal hier. Äh, Abedite brauchen wir jetzt nicht. Lassen wir erstmal liegen. Ich will schlafen. Ja. Ja. So, wir brauchen... Achso, jetzt will ich schlafen. Genau, bevor wieder irgendwelche Kreaturen hier warten. Oh, und ich sehe schon, unsere Sendung ist schon wieder vorbei. Ich sage jetzt mir an der Stelle einfach mal auf Wiedersehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und... Ciao, Kosti!